youtube herzlich willkommen zurück zu einer erneuten unglaublichen folge eldenring mit meiner willigkeit euren zocki es gibt mutter weiter ich bin hier ein bisschen wandern gegangen ok und ab diesen ort entdeckt und er muss man mal gucken was uns hier erwartet hoffentlich guter schiebt die sind auf jeden fall mal ruhen waren keine runen drin ok was ist das ein rund stand ja ja warum nicht wenn wir uns so rund stand da ist was schönes aber sie rüber ist ich sehe mich jetzt schon sterben okay so tief geht es gar nicht runter soll ich herunter oder oben bleiben quasi jetzt nicht kommen wir runter du dreck sau ich hätte gerne eine richtig geile neue waffe auch direkt dann das war nix wenn einfach nicht perfekt wo war da mal ich muss mich heilen schmiedestein zahlt sich irgendwie gar nicht aus wenn ich ehrlich bin ich könnte mir alle kaufen auch ich muss schauen ob ich leben kann beim erkunden habe ich eines garten ding entdeckt Ja. Ja, geht sogar schon. Hoppala. Servus Christi. Ah, wieder so ein Feuerteufel. Komm ich hier gut runter? Ja. Shit. 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 Achtung, abgepasst. Ich komme. So, warte mal. Bevor ich versuche, den Typen hier zu bekämpfen. Ich weiß auch zufällig, wie das geht. Man muss Töpfe in seinen Kopf werfen, ne? So große Feuertöpfe. Aber ich würde gerne in der Nähe noch ne Gnade finden, weil ich mich dauernd hier diesen Parcours hier machen müssen. Da habe ich echt keinen Bock drauf, wenn ich ehrlich bin. Ich glaube, das war der mit den Feuertöpfen. Nein, doch nicht. Das ist Standard-Bro. Na gut, aber trotzdem brauche ich ne Gnade. In der Nähe. Das wär sexuell. Ich muss mal hier hochgucken. Achtung, ich komme. Perfekt. Na gut, dann kann man jetzt gucken, dass man den Regen, den Typen. Und dann kann man den Regen, den Typen, den Typen, den Typen, den Typen, den Typen, den Typen. Ja, ich mache nichts. Aber ich brauche ne schwere Waffe. Was hat er vor? Nix. Okay. Oh, spring doch. Ja, jetzt nicht. Fast einmal. Oh, weg, 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 weg. Ich habe keinen Bock auf den. Ich wollte, ach Gott, irgendwie zieht mein Controller nicht richtig. Jetzt ist mein Polly tot. Er Ja, ich Mann. Untertitelung des ZDF, 2020 Weg, 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 weg Aber mit dem Pferd ist das ziemlich easy Okay, warte, ich habe keine Ausdauer Wir brauchen mal ein bisschen Ausdauer hier Was ist Phase, Bruder? Was machst du? Mach einfach so Lust Ja, schönes Ding, jetzt legt er sich hin Hoffentlich kriege ich es hin Hoffentlich macht das gut Damage Ja, nochmal, müssen wir nochmal durchziehen Eine andere Waffe wäre echt besser Ich glaube eine schwere Waffe Ja, schön, erstes Spun Komm, komm, komm Bevor er, na okay, es wird nichts Schönes Ding Legt er sich hin Ah, noch nicht, da wankt du bisschen Du musst Hopsi gehen Was macht er? Was hat er vor? Wow, ich habe es nicht gesehen Ah, ist so geil, es ist so geil Keine Ausdauer Hey, bin ich am falschen Fuß? Na, habe ich mal schon gedacht jetzt Nein, 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 mach doch Easy Perfekt Dann haben wir den Typen auch erledigt Pass auf, der hat ein paar Viecher getötet Die haben doch safe was getroppt hier Äh, sicher nichts Großartiges Ja Aber lass gucken Wo gehen wir hin? Wo ist was? Da habe ich noch keine Karte Shit Hier wäre die Karte, denke ich Komm ich hier hin Also wieder die andere Frage Ne, ich glaube ich muss hier Muss ich einen langen Oder das ist hier oben oder ist das unten? Oh, ich glaube unten ist kein Water Komm Nee, ich bin hier unnötig Oh, da ist ein großer Drache Ja, das ist jetzt blöd ohne Map Oder wenn ich ehrlich bin Wie komme ich denn da hin? Hier ist auch keiner runterkommen Ah, Shido Ah, Shido hier irgendwo. Nee, glaube ich nicht. Aber schaut geil aus hier. Kacke, ich weiß halt nicht, wo irgendwas sein könnte. Rät mal so entlang. Ich muss hier hoch irgendwie, oder? Warte mal, wo? Aber vielleicht von hier aus. Servus, Christus. Servus. Ich weiß nicht, ich weiß nicht. Ah, blöd Dreckser, du. Mama. Wo ist mein... Was ist los? Was war das jetzt? Oh, ich weiß nicht mit der Waffe. Scheiße, wir machen mit der Waffe. Ich finde, ich habe dabei noch keine geile Waffe. Ihr weiß nicht. Ich sag mal, euch nicht. hier. Hier, hier, hier. So, jetzt Ruhe mit dir, gell? Wie viel Damage mache ich? Ja, ja, oh, fuck, dass das so heftig ist. Damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Nein. Jetzt fliegt er weg. Wo ist er? Zu früh. Ja, ich sehe ihn ja nicht, den Dreckskerl da. Das ist unglaublich. Aha, ich habe was. Guck, guck. Oh, Mama. Oh, Mama. Wo ist meine Mama? Ah, ich mache echt keinen Schaden. Wo ist der Damage hin, wenn man braucht? Fuck you, Alter. Ah, das ist ja Frost, was der durchzieht, ne? Da kann ich mit Frost scheißen gehen. Ich habe halt immer nur in Ordnung, dass die Blutung gekickt. Aua. Nein. Ah, ich wollte gerade rollen, oder? Ich wollte gerade rollen. Na, gerade rollen. Okay, weg, 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 weg. Da hat was vor. Da hat was vor. Uh, das geht aber weit. Es hat mich trotzdem noch erwischt. Bin noch voll drin gewesen. Ich habe kaum noch Heilung. Ich brauche eine andere Knarre. Und jetzt holt er auch noch seine Maxon daher. Was ist das für ein Typ, Alter? Kämpf doch alleine. Ich bin doch auch alleine. Krieg dich. Nein, kriegt's euch. Nur du dich, sondern ihr euch alle. Ah, komm, ich hole eine andere Waffe. Ja, kill sie alle. Kill sie alle, Alter. Nicht zaubern. Ja, töte sie einfach alle. Oh, verdammte Axt. Töte sie alle. Ja, Mann, töte sie alle. Ich habe keine Ausdauer mehr. Aua. Ach komm. Ich habe keine Heilung mehr. Das ist das Ende vom Lied. Ja, scheiße. Ich brauche eine andere Waffe, die mehr Damage macht. Ach so, MPS4, oder? Ich muss einfach viel mehr Damage machen. Damage muss knallen. Gut, schauen wir mal. Was hält man denn zur Auswahl? Ich habe ja doch einiges. Ich habe gehört. Was brauche ich hierfür? Ich glaube, 17. Ah, shit. Ich habe nämlich gehört, Heilig-Schaden soll so overpowered sein hier in DLC. Aber, ich hätte die Waffe hier. Die habe ich mir erst vor kurzem geholt. Die kann ich nicht nutzen, weil ich bin ungläubig. Das ist nicht kacke. Ja, aber sonst habe ich nichts. Die habe ich auf plus 9. Nein. Ach, Manu. Mit der hier? Ich habe keine Ahnung. Oder wir nehmen unseren Reißzahn wieder. Was ist das, glaube ich? Oder, warte mal. Oh, warte mal. Wir ändern die Asche. Machen das hier. Vielleicht. Auf Heilig. Mache ich hier noch weniger Damage jetzt? Scheiße. Wo sind meine Runen? Er ignoriert mich komplett. Hola, chica, señorita. Mal schauen, ob irgendwas draus wird. Er ignoriert mich komplett. Ja, besser, oder? Bilde ich mir das nur an. Au. Blöde Drecksau. Ah, shit. Natürlich. Ist eh klar. Nee, ernsthaft? Habe ich es gemeistert? Aber ich komme nicht ran rechtzeitig, oder? Oh, der hat was vor. Der hat was vor. Bruder, hau ab. Jetzt ruft er seine Verstärkung. Mann, die nerven richtig. Aber eventuell kann ich ihn drachen. Muss ich kurz testen. Aua, der hat eine Reichweite. Echtiger Typ. Vielleicht können wir den weglocken von den Kollegen hier. Okay. Im Namen des Herrn. Ich gehe in den Orsch, oder? Ich gehe in den Orsch. Ich bin weg. Ja, komm du her. Lass die anderen da hinten. Aber die rennen an alle. Warum geben die so viel Gas? Was ist denn mit denen? Bist so früh, aber... Ja, passt. Au, Charlie. Bist geil. Mama. Wo bist du? Wenn dein Sohn dich ruft. Ach, bitte. Es ist eine Tragödie, das Spiel. Alter, ich brauche noch ein bisschen mehr Damage. Obwohl nicht unbedingt mehr Damage. Wenn er seine Leit nicht rufen würde, wäre er so easy. Easypin easy. Inventar. Oho. Ja, aber für den Runenbogenopfern... Ich sage euch, das ist nix. Das kann nix. Aber wir haben ja sonst eh nix, was wir nutzen könnten. Eine andere Waffe wäre es eventuell echt. Soll ich einmal... Pass auf. Wir können doch... Oder können wir nicht? Das ist doch machbar. Wenn ich auf die Heilig-Schaden habe, mache ich richtig böse Damage, oder? Wenn ich nur meine Runen... Warum? Wo sind die da hinten? Wo bin ich in den Obst gegangen? Sag einmal... Hier? Ernsthaft? Servus, Kollege. Ich bin's, der Zocki. Bin wieder hier. Ma-oh, Bruder mit dem Schwanz. Ich hatte mal gar... Hat er mich gar... Ja, shit. Das war nicht so ein Ding, wie ich es mir oft hatte. Ich bleibe auf dem Pferd. Das ist der Trick. Wir bleiben einfach auf dem Pferd. Ich glaube, damit könnte ich ihn besiegen. Mach keinen Scheiß jetzt, Bruder. Was kostet das, Dauer? Was? Ich glaube, auf dem Pferd sind wir die anderen Viecher, die er beschwört. Ach, scheißegal. Oh, mein Gott. Ja, so bleibe ich aber nicht auf dem Pferd. Muss ich darauf achten, dass ich springe. Boah, ich habe halt keine Ausdauer. Das ist das Miese. Halig-Schaden ist auch futsch. Ich weiß gar nicht, ob der so anfällig ist auf Halig-Schaden. Aua, fuck you. Mein Pferd ist gleich Downy. Oh, mein Gott. Ja, aber viel Unterschied ist das echt nicht. Gut, jetzt holt er seine Light. Aber ich glaube, auf dem Pferd kann man das echt wurscht sein, wenn er Light holt. Mama. Der Typ hat mein Pferd gekillt. Nein, was mache ich denn? Okay, oh ja, geht eigentlich. Scheiß drauf. Ja, die Kollegen kommen. Die Kollegen kommen. Ich komme nicht weg. Ich komme nicht weg. Oh ja, fall doch irgendwo rein und dann vorbei. Nein. Ich kann nicht da aufstehen. Mama. Mama. Ja, klar. Ich kann noch was. Der Typ ist so eine Oberzicke. Krieg den Prier nicht weg. Ne, ich sag ganz ehrlich, das taugt mir auch nicht. Aber die Waffen, ey was? Das dauert mir alles so lang. Aber wir waren auf jeden Fall besser, auch ohne Pferd. War ich besser unterwegs, ne? Keine Ahnung, ob der sich überhaupt auszahlt. Wisst ihr, das miese ist nur, wenn er seine Light holt. Wenn er seine Light nicht holen würde, chillig. Was machst du hier? Hör auf damit. Es ist blass für mich. Oh Gott, wenn der Presse eine Light nicht holen würde. Easy. War echt nicht so schwer. Weil ich check in ungefähr, verstehe ich sein. Also sehe ich die Moves, die er macht. Nicht immer. Hallo? Oh Gott, das ist eine Miese. Da muss ich springen. Das muss ich mir angewöhnen an springen, wenn er langsam ein Stamper macht. Da war ich noch im Schlürfmodus. Ja, okay. Aber ein bisschen später springen. Ich bin am überlegen, ob wir den Bray jetzt bald skippen und einfach so weiter sich umschauen gehen. Der nervt nur noch. Ich möchte noch ein bisschen was entdecken und nicht nur den Kollegen da haben. Schau, ich bin ihm eh sowas von scheißegal. Ich will noch ein paar Fragmente holen. Dieses Gadou-Baum-Dinger. Und dann versuche ich ihn noch einmal. Ich bin, glaube ich, ein bisschen zu schwach für den Kollegen. Oh, hier ist die Map. Oh, geil. Schönes Ding. Na, pass auf. Dann ist hier unser Dragon. Und was haben wir hier? Was haben wir hier? Ja, da müssen wir hingucken. Da ist vielleicht was Hübsches. Oh mein Gott. Oh, was wirft er da? Nicht besonders nett, mein Freund. Die Macht von Greyskull. Boah, ich mache gar kein Damage. Uuh. Au. Er ist mir auf die Rübe gestiegen. Ma, die Aster war wieder. Mama, wo ist er hin? So. Boah, 8000 Runen gibt er. Sonst noch was? Sonst noch was? Ein Topf. Ja, geil. Ich habe einen Topf. Kann ich endlich mal das große Geschäft irgendwo verrichten. Endlich einen Topf. Binguine. Binguine. Yo, Binguine. Ihr könnt doch gar nicht fliegen. Binguine, ihr könnt doch gar nicht fliegen. Voll verarschen. Wahrscheinlich doch keine Binguine. Gut. Aber was ist hier? Hier irgendwo noch, ne? Ich würde gerne... Na, okay. Warte mal. Hier runter ist nichts. Ja, da komme ich hier. Warte mal. Ich meine, fertig. Das wäre jetzt interessant. Hier geht es doch weiter, ne? Und ich komme von hier aus weiter. Ja, schauen. Ups. Nicht runterrutschen. Achtung. Das schaut aber schön aus, oder? Das ist schon schön hier. Ist mir zu schön. Stimmt doch, was ist es nicht? Und hier ist ich hier gleich wieder der Oberboss. Oh Gott im Himmel. Nur schauen, ob es runter geht. Ja, aber das war's. Keine Höhle, kein Gwonyx, keine Hütte. Da hinten ist noch was, oder? Da muss es doch runtergehen, oder? Ja, ja, schau an, da gibt's einen Weg runter. Oh, hier geht's runter. Wo geht es denn hier hin, mein Bruder? Mal gucken, mal gucken. Servus. Ja. Du kleine Kliberfotte. Da ist eine Gnade. Oh, kommt mir bekannt vor, oder? Das ist zu hoch. Nee, oder? Passt. Gut sein. Aber okay, war mal safe noch nicht. Ist der hier gleich ein Boss? Da leuchtet's so komisch. Haben wir einen German-Ord entdeckt? Glaub ich gar nicht. Ah, jetzt müssen wir hier rüberjumpen. Nee, das ist noch viel zu hoch. Shit. Ding aber. Lassen Sie mich durch. Ich bin Arzt. Dankeschön. Facharzt für Fußfetischisten. Oh nee, da muss ich irgendwas freischalten. Hier brauche ich irgendetwas, um das zu öffnen. Mhm. Und das kriege ich jetzt nicht auf. Verdammte Axt. Aber, pass auf, wir machen das so. So. So merke ich mir. Na gut, ist blöd. Kriegen wir nicht auf. Da haben wir einen Dragon. Ja, und hier könnte man auch nachgucken. Hier ist noch eine Insel. Das heißt, wir rennen in die Richtung und schauen, ob es hier was gibt. Müsste ich eventuell YouTube fragen. Wie ich das hier öffne. Oh, diese sind voll gefährlich, diese Biester. Ich bin gleich down, oder? Ah, shit, wollte gerade rollen. Blöde Drexer, du. Er ignoriert mich einfach. Ich bin keine Herausforderung für den Brie. Ist aber voll unfair, dass der... Ach, shit. Sich dauernd wegportet. Der Typ ist das verdammte Enderman. Nein, das ist eine Scheiß-Aktion. Feier ich gar nicht, wenn du das durchziehst. Oh, war aber viele rollen jetzt. Daneben. Boah, ich stecke nichts. Ich kann nichts aushalten. Darfst du echt nicht viele Fehler machen. Gehst gleich hops. Umschmiedestahn. Oh. Oh, nee, da ist wieder so ein Blitzkügelchen. Die sind verdammt brutal. Ich habe einen Faden. Nur für den, mein Freund. Na, wieder der Brie. Shitala. Muss ich da lang? Der beobachtet mich, kann das sagen. Der Typ hat irgendein Tentakel-Age auf mich geworfen. Ich habe keinen Plan. Aber ich muss doch safe nicht hier lang, oder? Nee, der beobachtet mich gar nicht. Der steht mit dem Rücken zu mir. Ich will hier rüber. Der schaut gut aus. Der schaut aus wie der Weg, den ich gehen muss. Scheiße. Soll ich da einfach runterhopseln? Ja, mach einfach. Ja, safe. Nichts passiert. Was ist das sein? Jetzt bin ich drüben, oder? Ja, safe. Da will ich hin. Hier will ich hoch. Geil, ich habe jetzt aber keine Gnade und nichts. Jetzt wird es kritisch. Ich werde die Kriegsasche ändern wollen. Na, versuchen wir mal unser Glück. Hallo? Tänzerin? Oh mein Gott, oh mein Gott. Ma, ich treffe sie nicht. Oh mein Gott. Ja, schön. Aber ich mache kaum Damage. Das ist, weil ich die falsche... Ich habe die scheiß Kriegsasche. Oh Gott, Alter. Ich kotze mich gleich aus. Was geht denn hier ab jetzt? Das habe ich kurz gereckt. Wenn ich die heute so tanzen sehe, so hübsch ist das gar nicht. Fuck. Ah, komm her auf mit dem blöden Move. Was auch immer das für ein Move ist, den möchte ich nicht kennenlernen. Oh, jetzt habe ich hier gut mitgegeben. Die will sich gleich heilen. Shit. War ich ein bisschen zu langsam. Ah, nichts mehr mit Heilung, ha? Oh, nicht erwischt. Ah, shit. Ich habe keine Ausdauer. Darauf muss ich natürlich achten, ein bisschen. Ich brauche auch zu lange. Uff. Mann, okay. Jetzt, äh, jetzt, äh, wird es eklig. Ah, schönes Ding. Wir haben sie erledigt. Geilo Milo. Was kriege ich? 80.000. Und ihre Ausrüstung. Tanzende Klingen. Oder die Tanzende Klinge. Das war nur eine, ne? Ey, würde ich gerne mal schauen jetzt da. Ob die fresh ist. Das ist das hier. Nein, blödsinn. Das hier. Oh. Das ist cool. Oh, ich bewege mich auch ziemlich geschmeidig, ha? Und wenn ich dann auch noch ihr komplettes Ding anziehe, dann schaue ich sicher sexuell aus, oder? Das war das hier. Und das hier. Ja, schau mich an. Ja, schau. Bin ich nicht schön? Bin ich nicht sexuell? Yippie. Feier ich. Gut, wir möchten ein bisschen tanzen. Was ist das viel? Ey, das kann ich so lange machen, wie ich möchte. Ja, ist das geil. Okay, das wird safe Ausdauer auch kosten. Och, warte mal. Was ich testen möchte, ist mit diesem Amulett. Ich kann es jetzt durchgehend, oder? Wollen wir mal schauen, wenn es leer ist. Ah, ich kann schon wieder. Aber, na okay, nicht lang. Okay, das ist ein Blödsinn. Na gut, Jodob. Dann. Was haben wir gehabt? Was habe ich drin gehabt? Das hier, gell? Die Waffen machen Blutung? Machen die Blutung? Ich weiß gar nicht. Nee, gar nichts. Und es ist eine Geschick... Geschicklichkeitswaffe. Geschicklichkeit ist mein höchstes Ding, was ich habe. Vielleicht mal aufwerten und testen. Aber die Rüstung finde ich halt mies. Ähm... Hopp. Doch. Ja, wir können es dabei... Können es dabei im Inventar lassen. Passt, YouTube. Haben wir das auch erledigt. Wie viel brauchen wir für ein Level Up? 260.000... Oh, noch 100. Nein, noch 90 so. Noch 90.000 Runen. Verdammt, der Axt. Das dauert. Gut. Nicht vergessen, Gemüse essen, YouTube. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Danke. Bis du... ...ein Video geguckt hast. Ich liebe dich. Eine Sonnenbume. Wir tun was an. Wurst. Wir sehen uns auf jeden Fall wieder in der nächsten Folge. Folgen kommen leider jetzt nicht täglich. Aber es ist eh Wurst wieder gar. Bis auf du. Du schaust. Danke dir. Danke dir dafür. Wie viel habe ich von denen? Ich will irgendwie nicht aufhören. Echt mies. Von denen haben wir schon 17. Und hier kann ich eh nichts machen. Hier weiß ich nicht, was ich machen muss. Hier wollte ich noch nachgucken. Und hier wollte ich auch noch nachgucken. Meine ganzen... Meine ganzen Markierungen sind Fujinator. Ist falsch, oder? Ist falsch? Das ist nämlich oben, also nicht unten. Also ich rate in die Richtung. Also ich nehme den Rundstand mit. Was kommt jetzt? Aber ich bin gleich tot. Oder beim Seinabdachen kiegt mich ja schon. Hey Bruder, das ist nicht dein Ernst, jetzt da. Wo ist er hin? Mama, jetzt hat er mich auch noch. Hey, ich wollte Schluss machen. Du hast noch ein Video beenden. Du darfst jetzt nicht die optische Hose machen. Ja. Lass dich bloß nicht. Ah, ich habe noch immer die falsche scheiß Asche drin. Mit der ich irgendwie nichts anfange. Ich hätte gerne wieder Frost Damage. Mal stehe ich in dem Drehn. Ich habe keinen Plan, was jetzt abgeht hier. Oh, gleich bleibt alles. Aber wir haben ihn schon gut abgezogen. Das war ein bisschen zu früh. Ja gut, ich erkenne die Bewegungen gar nicht. Wo will er denn hin? Hallo, was hast du vor? Oh, nee, jetzt zündet er da alles an. Mama! Bist du nur, wenn ich Head & Ring spiele? Wie bist du hier, um mich zu unterstützen, wenn ich weine? Ja. Ja. Na, shit, Ausdauer. Mama! Wo bist du nur? Ich hasse den Frey. Wir haben ihn erledigt. Gib mir ein Skatubaumstückfragment, Alter. Gehörntes Kind. Was ist denn? Hey, oder? Wir haben die Dinger gekriegt. Wir kriegen ja ein Level abhin. Shit, Alter. Da hätte ich noch ein Ziel knacken sollen, ne? Ach, Mensch. Wo wollte ich hin? Können einmal leveln. Ich brauche nur, ne Gnade. Habt erbarmen. Aber ich sage, ich liebe das Game. Ich liebe es wirklich. Ich versuche gerade, es auf Platin zu spielen. Ist doch nicht so schwer. Ich habe alle legendären Waffen und Talismane schon. Ich will eigentlich alles, alles haben. Jede einzelne Höhle, jeden Talisman, den es gibt. Nicht nur die legendären. Jede Asche. Ich möchte alles haben. Wollte auch jede Storyline hier machen. Aber das, glaube ich, geht nicht, weil ich schon, weil ich schon durch habe. Oh, wir haben eine Höhle. Eine Höhle. Ich glaube, ich wollte Schluss machen, aber ich liebe es. Höhle an der Flussmündung. Es ist so ein grandioses Game. Ich bin so verliebt. Wir gehen auf Weisheit, oder? Das tut sich jetzt gar nichts. Ja, dann gehen wir vielleicht doch nicht auf Weisheit. Achso, ja klar. Warte mal, wir machen was anderes. Als erstes Mal Kriegsasche wieder ändern. Ich nehme hier den Stampfer. Eisigen Stampfer des Todes. Und wenn ich jetzt auf Weisheit gehe, boom, boom, mehr Damage. Aber was ich schauen wollte, ganz kurz, Entschuldigung. Ich glaube, ich brauche Klabe. Und das kommt weg. Wo ist es? Hier. Klabe 28. Als würde ich noch 18 Leveln hier rein investieren. Eher weniger. Werde ich die Waffe nie nutzen. Gut, das wird wohl nix. 83, 83. Aber ich könnte mal wieder Stärke machen. Einfach, weil es sich auszahlt. Ey, warte mal. Aber jetzt machen wir wirklich Schluss. Das war es jetzt da. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zusehen. Und ich hoffe... Ich wusste nicht so viel im Video. Ich hätte auch da und das Mikrofon muten können. Habe ich nicht getan. Siehs wie siehs. Ne, passt. Judo, macht es gut. Haut rein. Die Höhle machen wir. Ja. Später. Im nächsten Part machen wir die Höhle. Ach, so geil. So geil. Wir haben noch so viel vor uns. Nur kurz gucken. Was könnte hier sein? Ein Rudelbastarde. Okay. Cool. Cool, cool, cool. Cool, cool, cool. Cool. Passt. Dann bis zum nächsten Mal. Macht es gut. Haut rein und lieber brav. Bis dann. Ciao. Ciao.